Also ich habe gemerkt, dass dieser Song eigentlich ganz gut anguckt. Wir sind im Radio im Moment in Deutschland auf 2, ich weiß gar nicht, wer es auf 1 ist. Club 3, glaube ich. Und in Österreich auch irgendwie, gut, sagen Sie, was haben wir mit Österreich zu tun, aber da sind wir auf 1 sogar schon gewesen. Ich hoffe, ich schaffe das in Deutschland auch. Und wie gesagt, Platte diese Woche raus. Wer sie noch nicht hat und sie nicht bei Amazon bestellen will oder bei iTunes.